Ein paar alte Teile, die ich gut gebrauchen kann, damit ich da die Schmiede machen kann. Was TÜV-TÜV-Station ist für heute? Alter, ich baue diese Dinger. Zu erschöpft, Errungenschaft freigeschaltet. Äh, mit der TÜV-TÜV-Station hätte ich es ja geschafft. Ach so? Na, kein Brief. Okay. Na, stimmt. Ist nicht wie bei Graphiak-Kreiber. Äh, nee. Start-up-Valley. Boah, da hast du deine alten Teile. Boah. Mangan müsste fertig sein für die Lagerung. Fast fertig. Hey, da war er schon. Ein bisschen fleißig, aber es hat schon fertig sein können. Der schießt sich auch durchgemacht. Bis ich dann, äh... Erschöpft war. Genau, ich bin vor Erschöpfung zusammengebrochen. Fink männlicher. So ein kranker Scheiße. Da muss ich wieder an Rotten im McKay denken. Äh. Äh. 35 Prozent. Das ist schon mal schön. Und die Arme mehr wie der Kacke geschenkt. Und ernten. Hey, da. Waschmaschinen noch hinstellen. Nehm die andere Waschmaschine. What? Stellen wir dich so hin. Mann, für das große Haus muss ich sowieso noch mehr Geld verdienen wegen der Größe des Hauses. Ist auch so bescheuert. Das ist der beste Vergleich. Ich sage, bau ein Haus. Meine Frau baut eine Villa. Das ist genau das passende Beispiel hier. Alles gut, Schatz. Alles gut. Nicht böse gemein. Das trifft es halt genau. Das über, das über. Ich weiß es sowieso nicht hier drinnen. Die Fee. Ja, toll. Jetzt bin ich wieder bei einem Teil. Super. Das wird irgendwie nicht mehr. Warte ich nicht da, den Ding. Soldaten mit Zepter Teil 2. Ach, Soldaten mit Klinge 2. Da gibt es auch noch Unterschiede. Nein. Da ist, ich muss schon noch eine Kiste bauen. Mann, diese Ressourcen. Guck mal, haben wir auch irgendwie eine Kiste, die ein bisschen mehr Volumen fässt? Ohne, dass ich gleich irgendwie mein ganzes Hab und Gut dafür drauf lassen muss. was? Warte nicht. Ich denke, eigentlich ist es. Warte, warte, warte. Ja, Scheiße. Nee, 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 nee. Nein. Oh. Ich kacke hier rüber. Im wahrsten Sinne. Energie hier rein. Ah. So. Das müsste fertig sein. Gelagerung. Noch 2 im Betrieb. Er wird nicht fertig. Er hat einen Stock im Arsch. 100 pro, Leute. Da, 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 da. Da will man sich echt schon wieder schlafen legen, ja. Jetzt wird da draußen schon wieder komische Geräusche, als ob jemand abgemackelt wird. Kann ich mir nicht diesen Stein kaufen oder so irgendwo? Diese Vulkanplatte oder Vulkangestein, dass ich wenigstens da die Öfen drauf stellen kann oder so. Ja. Okay. Okay. Ich hab hier, oder? Dann können wir uns eine Ironman Rüstung anfertigen. Oh, oh, oh. Oei, oei, oei. Mann, das dampft ganz schön, wie? Bittig gestellt, sehr schön. ja nicht doch gleich noch den anlanden auftrag geben auch erledigt wo stimmt denn das wir mal gucken wegen auftrag und das ich hab auch wieder einen skillpunkt erhöhe den schaden von bohrern und ketten sägen ich kann doch nicht mal eine ketten säge machen effektivität die effektivität wurde gesteigert um zehn prozent beim streichel ok kann ich nicht kaufen danke schatz alter felder was habt ihr denn jetzt schon wieder brückenturm und ein stahlträger um eine brücke über auch wenn das richtig kohle bringt aber dann habe ich pech gehabt hier elf nähe dafür brauche ich den großen glyphsägen weiß ich jetzt nicht asteria töpfer um die zeit kann ich keine pflanzen sammeln laufen wir jetzt einfach mal nach dahinten und gucken ob wir da eventuell irgendwie hoch kommen vielleicht brauchte ich den gestein war sowas von sowas um drei tage von pass auf wenn ich dann da angekommen bin ist das so wie bei der anderen seite mit hier musst du noch eine töfte station hinstellen das so wie bei der anderen seite mit dieser richtung sein mal nach da mal gucken ob ich da irgendwo gelandet kann das so wie bei der anderen seite mit der anderen seite mit hier anscheinend auch nicht irgendwie doch hier über die baumschule vielleicht da hinten lang oder halt hier wobei hier führt ein weg rein jetzt mal schauen ich brauch diesen diesen gestein sonst bringt mir das ganze nix Digga du brauchst ein bisschen mehr aus der boll heißhofen voll komm schon ach komm da rüber das funktioniert doch nicht hier sind nur wieder die Spiecher Scheiße Wann versuchen wir? Wann sagen? Versuchen Hier so schön Zack Drauf Hier Irgendwie ist hier so eine scheiß Alpha Wand Die mich da dran hindert Scheiß dringend Mann Nur noch dann die Möglichkeit über Braumschule eventuell Bei dem anderen kannst du dich irgendwie hinten rum reinschleichen Ach schriftlich traut er sich das Mimimi zu sagen Ja 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 Wir haben links herum Zorn gezogen. Hätte ich glaube ich nicht rüber springen können. Hey Pilze! Kann ich auch nicht bescheißen bei den Zornen. Ne, Alpha Wand. Auch nicht. Ja, ja, ja. Aus. Ja, doch. Ja. Wir sind nur da hinten. Da ist Wasser süß. Dieser Baden-Hosen-Freak, der kann ja noch nicht mal schwimmen. Und, äh, ist ja auch wieder so präpariert, dass ich hier nicht hochkomme. Geise! Ja. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Das ist so toll. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Kann ich da irgendwie.. Nein, Alpha-Wand. Nein! Das andere ist Absicht, dass ich das nicht mache. Ja, 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 ja. Komm ich nicht hin. Scheiß Alpha-Wand. Scheiß Dreck, Mann. Wo ist das Schummeln? Das musst du mir jetzt erklären, wo das Schummeln ist. Ah, fuck. Nur das Ausprobieren von Wirklichkeiten. Kein Schummeln. Richtig, Schatz. Richtig. Fuck. Wann kommt die Alte? Scheiß. Geht eigentlich nicht. Bis noch nicht so weit. Ja. Bei dem anderen war ich auch noch nicht so weit und bin reingegangen. Und? Hab überlebt. War das? Ey. Man kann es bauen. wieso? Das ist so die Scheiße gerade da dran. Das regt mich so ein bisschen auf. Dann sind wir wieder zurücklaufen ohne Erfolge. Protopiots. Ach, Quatsch. Kommt bei sowas nicht bei Raues. Kannst du ja noch in der Aufzeichnung ja noch rausschneiden, wenn ich will. Mach ich jetzt halt ganz frisch und schön. Ey. Kann ich noch nie mal hier abkürzen. Ach, Mann. Was für ein Scheiß. Ernsthaft? Du lässt mich noch nicht mal hier abkürzen? Nee. Aber hier sind schöne viele Bäume, die ich hacken bin. Was ist das denn? Die ist ja komplett anders gelaufen. Aber... Das düster Moor. Da tue ich dann nie mit drüber. Okay. So. Das wird auch noch dauern. Jetzt ist das Spiel sauer auf mich. Wieso? Wie hältst du mich doch schon in der grundlegenden Sache, dass ich andauernd so viel herstellen muss? Ja, schon ist es. Das sind das Spiels, aber... Es wird spät, du sollst es haben. Ja, ich bin auf dem Friedhof. Ich habe abgekürzt. Da, 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 da. An der Stelle dann doch wunderbar geklappt. Ha, 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 ha. Oh, noch zwei Stahlbachen. Dann ist das Iron Man Ding fertig. Ich muss gar nichts mehr zu tun. Ich muss gar nichts mehr zu kriegen. Guck mal, dann kannst du da auch noch produzieren. Produzenter. Voll ärgerlich. Voll ärgerlich. Ja, ich lebe die. Ha, ha.